Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, was in dem heutigen Update rausgekommen ist. Nämlich nichts. Also, beziehungsweise fast nichts. Es ist sehr wenig rausgekommen, also es ist ein richtig kleines Update. Eines der kleinsten Updates, die wir jemals in Grand Cross gehabt haben, muss ich einfach sagen. Aber, was mit diesem Update dazu kam, finde ich sehr geil, finde ich sehr geil, muss man halt einfach sagen. Und ja, das ist das hier als erstes, was wir sehen, ist das Geilste, was mit dem Update kommt. Nämlich, beim Nitrood Boss zählt jetzt nur noch die Hell-Difficultie. Also, ich weiß nicht, in welchem Patch-Notes das waren oder ob wir uns das in den Death Notes angeschaut haben. Aber, irgendwo haben die schon mal gesagt, dass sie jetzt bei Nitrood Boss nur noch die Hell-Difficultie in den Ranking reinbeziehen werden. Also, ihr müsst nicht mehr normal, schwer und extrem machen und Hell für die Punkte beim Nitrood Boss, sondern ihr müsst nur noch Hell machen und nur das zählt wirklich für die Punkte, für die gesamte Gilde rein. Also, die werden zusammengerechnet. Und das finde ich sehr gut, nämlich, ich bin ja selber in einer Gilde und das einziges Problem, was in dieser Gilde ist, Gilde ist cool und sowas, wir haben auch viele aktive Spiele, aber viele spielen auch nicht aktiv, also ist so ein Ding. Aber ungefähr 20 sind aktiv und das ist halt natürlich besser, als wenn nur 10 aktiv wären. Aber ungefähr 20 dieser Gilde sind aktiv, 10 halt nicht. Aber nur so ungefähr 10 oder nicht mal 8 von diesen 20 Leuten machen den ganzen Gilde Boss. Und ich kann sie da teilweise auch verstehen, ich mache den auch nicht oft, ich mache den nur manchmal, weil ich den auch sehr oft vergesse, muss ich euch ehrlich sagen. Aber ich kann sie teilweise verstehen, denn so den Gilde Boss zu machen, es ist spaßig manchmal, finde ich ehrlich. Ich finde es lustig, da reinzugehen, Taktik zu suchen, so und so zu machen. Aber wirklich von normal, schwer, extrem und hell zu machen, ist halt einfach Zeit-Consuming. Also es nimmt einfach so viel Zeit weg und da habe ich auch irgendwann mal keinen Bock mehr drauf. Und das finde ich sehr gut für einfach für die Gilde, für die Atmosphäre der Gilde, dass man einfach jetzt nur noch Hell-Difficulty zählen lässt. Denn ich werde wahrscheinlich jetzt safe jedes Mal die Hell-Difficulty machen, weil es gibt genug Tutorials auf dem Ding auf YouTube. Ich werde wahrscheinlich dann auch Tutorials machen für den Night-Head Boss. Und es dauert dann vielleicht 5-10 Minuten, machst du kurz die Hell-Difficulty und dann hast du schon deine ganzen Punkte geholt. Und dann musst du aber nicht mal eine halbe Stunde daran sitzen, um die besten Punkte in normal, extrem und schwer zu holen, sondern du kannst halt ein bisschen ranhocken bei Hell. Weil bei Hell die Punkte zu holen, hat auch ein bisschen gedauert, so wisst ihr was ich meine. Aber sagen wir mal jetzt, ihr habt ein gutes Team, bekommt halt bei Hell nicht beim ersten Mal, sondern erst beim dritten Mal oder sowas, die guten Punkte, dann müsst ihr, aber davor habt ihr halt schon normal, schwer und extrem gemacht, da habt ihr noch ein bisschen resetten müssen, weil ihr da nicht die besten Punkte bekommen habt. Und es hat sich schon über eine Stunde mal gezogen, also könnt ihr sich mal über eine Stunde ziehen. Und jetzt, vielleicht zieht es sich über 20-30 Minuten, wenn die Hell halt richtig anlacken seid und keine Punkte bekommt. Deswegen finde ich es sehr egal, dass jetzt nur noch Hell reinzählt, also ich fühle es komplett. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das auch fühlt. Also ich glaube, meine Gilde wird sich freuen. Ich weiß nicht, ob meine Gilde jetzt weiß, aber ich sage es ihnen natürlich noch, ist ja klar. Ist nicht meine Gilde, aber in der Gilde, wo ich drin bin. Ihr wisst ja, unbeatable, the gold. Und ja, deswegen, gucken wir mal. Also was jetzt noch in dem Update reinkommen ist, ist, wie gesagt, fast nichts, nur halt noch dieser Boss. Aber das sind halt natürlich trotzdem kostenlose Items. Wir haben diesen Boss sehr oft, also diesen Kimara bekommen wir sehr oft. Dazu kommt wahrscheinlich morgen oder übermorgen Tutorial. Keine Ahnung, also ein Guide. Gucken wir mal. Aber free stuff nehmen wir immer mal an. Ihr wisst, ich sage das immer bei Dinger, bei Bossen, bei Eventbossen, wir kennen sie schon, die sind easy, aber free stuff ist free stuff. Dazu sollten wir nie nein sagen. Also ich weiß nicht, wenn er nein zu free stuff sagt, ist für mich einfach nur stupid. Und so schwer ist er ja auch nicht. Und SR-Anhänger, auch wenn es nur einer ist, nehmen wir an. Oder UR-Anhänger, nehmen wir definitiv an. Awakening Coins, nehmen wir an. Die Schlüssel, die brauchen wir definitiv auch noch für diese Wunschkisten. Ich bin da auch noch nicht weit. Ich habe da fast noch nichts gemacht. Aber ja, sonst ist hier das einzigste Gameplay-Changing-Update drin. Also das halt erstens Nightwood-Boss kommt, nur bei Hell-Difficulty zählt und dieser Boss hier. Sonst haben wir noch Village Donation ist wieder back. Also macht das bei jedem. Ihr bekommt ungefähr, lass mich lügen, 6 SR-Anhänger. 6 SR-Anhänger sind 1 UR-Anhänger. Also falls ihr 1 UR-Anhänger noch braucht, dann könnt ihr euch damit holen. Also ich glaube ungefähr 6 Anhänger. Aber sonst, bis auf dieses weitere Forza-Grass Mini-Dungeons-Dinger, also Mini-Special-Training, ist hier eigentlich nichts da. Nur was halt auch noch wichtig für viele Leute für euch ist, habe ich glaube ich in den Death Notes schon erklärt. Falls ihr die Death Notes nicht gesehen habt, ab morgen, also ab heute, ich nehme es ja schon am Dienstag auf, ab heute wird Freya wieder in den Seasonal Pool reingemacht. Bei, wie heißt es, bei Heroes Arena mit den Team King, also Team King und Freya sind in den Seasonal Pool. Aber nur für den Rest der Season 2 natürlich ist ja klar. Und danach steht hier, die Tellt Information gegangen, die Future Hero Arena Buffs und sowas, werden in der nächsten Season dann erklärt. Also erst kommt ein Labyrinth wahrscheinlich mit einem neuen Outfit, wo man wieder Awakening-Kunst bekommt, also wieder LR-Kunst bekommt. Und danach kommt dann kommt die Season 3 von Heroes Arena. Und dann erklären die genau, wie das dann mit dem Seasonal läuft. Weil wie gesagt, ich habe schon erwähnt, dass die wahrscheinlich ab jetzt trotzdem so machen werden, dass die einen Banner rausbringen. Sagen wir mal, da kommt jetzt ein Arthur raus. Und der Arthur wird Seasonal sein, bis in zwei Monaten, bis in ein Monat ein neues Festival rauskommt. Diese Festival wird dann ausgetauscht durch die Festival und diese Festival wird dann nur noch das Seasonal sein. Ich glaube, die werden das so machen und nicht beide Charaktere als Seasonal machen, weil das wäre, glaube ich, dann zu stark. Die anderen Buffs über Heroes Arena kommen, glaube ich, auch aus Season 3. Also das mit dem, wenn ihr disconnectet und sowas oder das, dass ihr halt mit in den Pausen machen könnt, chillen könnt. Ich glaube, das kommt erst in nächstes Season. Ich habe, wie gesagt, noch mal Heroes Arena nicht gespielt, deswegen, keine Ahnung, kann ich euch nicht erwähnen. Kann ich euch nicht erklären, sorry. Müsst ihr halt gucken und mir in die Kommentare schreiben, ob Heroes Arena das schon geändert hat mit dem Disconnect, dass ihr da nicht verloren habt oder sowas. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ziemlich kleines Update, aber natürlich geile Sachen. Free Stuff, wieder Free Stuff und meiner Meinung nach das Highlight ist mit dem Mythode Boss, weil man kann einfach gechillt an eine Gilde reingehen und muss doch nicht so krass sweaten. Natürlich Hell ist noch immer schwierig, nicht einfach, aber geiler als wenn man alles andere macht. Das war's.